also wahrscheinlich sind das so T-Shirt eine Scherz drauf oder so T-Shirt 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 ist es war ein sehr starkes 57 9 bis 6 er hat mir jetzt hat streichen Schöne zu bestimmen die Schöne zuerst streichen drauf auch okay gestreiftes T-Shirt da wäre ich nicht drauf gekommen dass es gestreift die T-Shirt sind dieses Spiel ist zu schlau für mich ey cool aufgeblasene Artikeln ich mag aufgeblasene Artikel ich liebe aufgeblasene Artikel aufblasbares Objekt ach das ist auf Fuzika dann können wir da noch mal so was hin machen genau können wir hier wieder Wege hin ach ne Moment Moment warum bin ich so bescheuert und mach da Wege hin wenn man noch was für Besseres hier machen kann so ne warum ist hier bescheuert und mach das hier alles voll mit mit so dämlichen Teilen wenn das noch noch viel schöner geht es ist wirklich ich bin manchmal ein bisschen schusselig ne und das sage ich jetzt nicht zu meiner Verteidigung ich hab dich nicht beleidigt ich hab ein ähm ähm äh wenn die Feststellung macht boah der hat jetzt aber lange gedauert dafür muss ich jetzt aber nachdenken wie blöd Oh mein Gott, das ist so spannend, die Mauer wegzumachen. Oh, wir hören ein bisschen Musik. Bum, 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 bum. Mist, ich hab verkackt bei diesem Befrag, den ich jetzt verpasst hab. Ah, jetzt kommt er, ich bin schlau, nein bin ich nicht, aber egal. So, und jetzt kommt hier das beste Rum, und zwar Laub. Oh mein Gott, der ist so wahnsinnig. Was macht er denn da? Er ist so wahnsinnig, was macht er denn da für Scheiße? Oh, er pflanzt Bäume, oh mein Gott, ich werde wirklich wahnsinnig ewig bescheuert. Hm, wie schön ist das denn? Das pflanzt die Jungs aus dem Geschoss aus dem Bäumen rum. Und da ist noch ein Stück Wahn, das muss ich schon noch wegmachen, weil es noch voll viel ist. Das ist nicht schon ein Stück, das war... Hm, zwei. Ein Blumenbeet. Hm. Blumen. Muhahaha, ich habe Blumen und du hast keine Blumen. Nein, das ist nicht übertrieben, das ist... Nein, das ist übertrieben. Übertrieben ist noch mehr. Das ist übertrieben. Weil irgendwann wird es dann echt unnötig. Kleine Eschen. Oh ja, Eschen sind schön. Ich mag Eschen sehr gerne, obwohl ich nicht weiß, was Eschen sind. Ich finde sie irgendwie toll, Eschen. Oh, ich wünsche mir echt einen Gesprächspartner, weil... Ohne Gesprächspartner? Das stimmt, heute soll ja ein Korn bekommen. Oh, das wird cool. No-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no. durch den Baumkantik wollte ich gar nicht ich wollte gar keinen Baum pflanzen nicht so aber jetzt nicht nicht doch mal lieber einen Baum umpflanzen Bamboa bin ich böse ich habe einen Baum gefällt so aber jetzt kommt das spassigste von allen und zwar ich weiß nicht was ich mache ich glaube ich mach doch mal wieder ein bisschen runter begärt nicht so ich baue jetzt erst mal meine Lieblingsbahn eine Bigbahn oh wie cool eine Bigbahn wenn ihr sagt ihr könnt mir gerne Vorschläge für Achterbahn schicken es würde mich sehr freuen wenn die Vorschläge für Achterbahn an meine in die Kommentare schreiben würden ja es würde mich sogar sehr 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 freuen na ok das war ein bisschen übertrieben denke ich die יה wie je io wir okay jetzt wird's dann doch ein bisschen coin bis hierhin der kleine Spirale nach oben. Wie lustig ist das denn? Oh mein Gott, ich werde wahnsinnig. Oh, das, 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 das. Das kann jetzt nicht angehen. Und das finde ich sonst blöd. So, und dann wieder. Nein, 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 ist nicht übertrieben, nein, die kommt denn darauf, ist nicht. Ne, übertrieben? Bist du dumm oder so irgendwie dumm oder so so wir fahren erstmal kurz ne ich hab bock zu fahren so ich will mal jetzt lieber leise so sonst hört man das Achterbahngeräusch nicht das Achterbahn fielen geht sonst weg und ich muss nur gegen anschrauben hey 11835 oh oh das war knapp ja ja was ist was ist was ist nein Mist wie toll Mann ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterleben ich hab's halt nicht geschafft aber Scheiß drauf ich kümmert schon wie lange man lebt entweder lebt man oder nicht naja ihr kennt das ne ja ihr kennt das alle Tja man kennt es aus seiner eigenen Erfahrungen manchmal lebt man und manchmal lebt man nicht ich glaube ich mach dann doch lieber so rum und dann geh ich da noch einen runter und dann mach ich wieder gerade dann geh ich so und geb ich hier noch ein bisschen Abschussrappenlift und Full Speed und dann mach ich wieder so naja ich meine dann mach ich doch wieder so und dann drehe ich und dann geh ich wieder langsam hoch so so ich weiß es kann gerne Scheiße sein es ist mir dann aber relativ egal no no scheiße 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 fuck dann halt so dann halt geradeaus so schwupp und dann geht's auch schon wieder zu Ende denkt man aber nein da kommt noch etwas noch eine Drehung ja dann geht's über Kopf schwupp und dann kannst du mal jetzt sagen wie wir wieder zurückkommen ok danke du hast mir sehr doll geholfen doch 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 ja auf jeden Fall da rechnen jetzt doch mal bitte aus wie noch ach so gut das geht ja dann alles nochmal und dann machen wir mal so hier die die den 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 ok fahren wir das Ding doch nochmal dasaison immerしょ die dass dass die So ein neuer Tag beginnt. So ein neuer Tag beginnt. So das ist doch schon alles völlig erfreulich aber ich denke es wird zu hart für die Zuschauer sein. Ich habe vergessen einen Namen zu geben. So wie nennen wir diese Bahn? Ich würde sagen wir nennen sie Bambus Action. Bambus. Komm mit Bindestrich. Action. Nicht bukern hier. Was ist denn so? Ey es passt total. Das ist voll geil. Das Schicksal hat es so gewollt. Das Schicksal hat uns verschont. Oh mein Gott. Das Schicksal. Das Schicksal. Ein Huch auf das Schicksal. Ein Huch auf das Schicksal. SIS-Wagen oder SIS-Wagen? SIS-Wagen sind geil. Oh SIS-Wagen sind scheiße aus. SIS-Wagen sind geil. SIS-Wagen sind echt cool oder soll ich SIS- Ach da dran steht man. Steh. Ne ist auch scheiße. Hä? Die sind cool. Die sind wirklich gut. Ja, und dann würde ich sagen, verlegen wir hier noch einen und da noch einen ran, ne? Wow, das sind viele Züge, aber ich denke, diese Bahn wird sehr beliebt sein. Deshalb. Also, was nehmen wir für Farben? Grün, für den Bambus und Braun, für den anderen Zeugs und Gelb. Auch noch für den Bambus. So, da nehmen wir das Gelb. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das Gelb ist. Ich würde sagen, wir nehmen dafür. Gelb und dafür Braun. Wow, das macht auch so viel aus. Ich würde sagen, wir nehmen für den Grün mal Braun. Bambus ist doch eher Grün und Gelb, ne? Weil hier für Grün ja kommen so Bambus Action. Bambusaktion. Cool. Coolio. Coolio. Ganz toll. Ich mag diese Bahn. Ja, diese Bahn, frage ich ganz gerne und ich hoffe, die wird viel Sachen hier lang. , gelbe Tunnelbeleuchtung oder braune denn es ist relativ dunkel da dran so ich schläge mal kurz auf Nacht Tunnelbeleuchtung Wir fahren die mal eben schnell. So. Wo sind wir? Oh, schöner Nachthimmel. Ja, vor allem, man geht ja auch um 0 Uhr oder so in den Park. Das ist furchtisch. Ich halte jetzt mal besser, wenn man schon klappt. So, jetzt kommt er neu. Ach so, die Bernbeleitung ist gut. Ist so cool. So macht das auch Spaß und dann auch gut und cool. Und vielleicht werde ich hier noch eine Warteschlange auswählen. Nein, ich bin doch nicht so ein Warteschlange-Typ hier.